3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Bist du einfach nur dumm Alter Ja, facken, aber ich schreit den Kopf Ich glaub, das ist morgen, wie hat die nicht gut getan Also, wie viel ich auf das Auffassen ist ihre Schuld Nein Alter Alter Das zieht alles Alter Alter Plastik Nee, wusste ich nicht Also, ich würd da nicht in den Rauch reingehen Alter Au Scheiße Hättest raus, wenns flüssig wird Witzig Dein Vater wird Spaß haben, das rauszukratzen Hahahaha Hahahaha Hey, man muss das einfach nur erhitzen, ne? Ist ja eh nicht gemein, ne? Hahahaha Ich weiß nicht, ob das so ne gute Entscheidung war Also, es sieht nicht gesund aus Hahahaha 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 Jetzt beginnt der Real Shit, Alter Hahahaha Wie stehst du da? Hahahaha Ich bin dafür nicht verantwortlich Ja, ich auch nicht Hä? Ich auch nicht Nein, gar nicht Hahahaha Alter, wie denn brennt die Scheiße Ey, das war nicht mein Schlafsack Nein Dann brenn wir mal kurz den Schlafsack Hahahaha Weißt du, wups Hahahaha Alter Hahahaha Ey, das muss ich aber safely hier Warum siehst du die Feuerwehr? Hahahaha Hahahaha Wir sagen, wir haben äh Hahahaha 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 Wir haben nur Hahahaha Hahahaha Der Schlafsack ist aus Versehen reinkommen Das ist immer so bei uns Hahahaha Hör das überhaupt auf Hahahaha 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 Gibt's meine Mutter Ja, der Schlafsack hat zu sein Hahahaha Hahahaha Der Schlafsack ist hängen geblieben irgendwo Hahahaha Alter, nur halb kaputt Das machen wir dann ganz früh Wie bleibt ein Brecht der steht Oh, der brennt nicht mehr leiden Alter, wir sind alles festgeklebt Das ist dann mit Boden Ey Leute, das ist hammer Brennzeug, ey Das wird sich immer benutzen Ja, das klebt noch nicht fest Natürlich klebt das Das ist einfach normale Asche Das brennt ab, Alter Das ist Teer oder irgendwas da drin Das ist keine Asche Ja, das ist keine Asche Das ist zu ehem Hahahaha Und jeder weiß, wenn man einen Schlafsack verbrennt, kommt Teer raus Tim, Tim Wir haben gerade einen Schlafsack verbrennt Hahahaha Ich glaub Tim geht jetzt Tim, Tim geht zu Gott Aber Schlafsack brennt Hahahaha